Welche Konsequenzen hatte die Pest für das europäische Weltbild? Erster, die Menschen begannen, ihren Glauben in Frage zu stellen. Sie hatten das Gefühl, dass Gott sie im Stich gelassen hatte. Zweiter, sie bestätigte den Bauern, dass sie die Niedrigsten auf der Welt waren. Dritter, die Menschen waren der Meinung, dass der Adel sich nicht mit dem Besitz eines einzelnen Stücklandes zufrieden sein sollte. Sie sollten das Land von verstorbenen Adligen übernehmen. Vierter, den Europäern wurde klar, dass sie ein besseres, moralisches Leben führen sollten. Benutze die folgenden Informationen, um Frage 26 zu beantworten. Was haben die erwähnten Punkte miteinander zu tun? Erster, sie erklären, warum viele Kaufleute und Händler reich wurden. Zweiter, sie sind alle Folgen der Pest. Dritter, sie sind alle Gründe für die Urbanisierung. Vierter, sie zeigen, wie wichtig der Handel mit Asien war. Welcher der folgenden Gründe ist kein Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtstaaten in Italien? Erster, das Feudalsystem war in Italien nicht so stark entwickelt wie im restlichen Europa. Zweiter, ihre Lage machte sie zu idealen Handelszentren, da sie Europa mit dem Mittelmeer verbanden. Dritter, die italienische Landwirtschaft war größer als die anderer Länder in Europa. Vierter, die Macht der römisch-katholischen Kirche über die Stadtstaaten wurde schwächer, als das Papsttum von Rom nach Avignon in Frankreich verlegt wurde. Beantworte die Fragen 28 und 29 mit Hilfe der folgenden Informationen. Florenz war ein Stadtstaat in Nordmittelitalien. Als Handelszentrum waren seine Kaufleute und Banken sehr erfolgreich. Durch ihre Bank- und Geschäftsbeziehungen trafen die Florentiner Menschen aus anderen Kulturen und Ländern. Sie wurden mit neuen Ideen und neuem Wissen konfrontiert. Sie schätzten die Künste und die Architektur sehr. Wie die meisten italienischen Stadtstaaten begann auch Florenz als Republik, die sich jedoch aufgrund von Machtkämpfen zwischen verschiedenen Gruppen nicht halten konnte. Um 1435 übernahm eine mächtige Familie, die Medici, die Kontrolle über den Stadtstaat. Unter ihrer Führung wurde Florenz zum Zentrum der italienischen Renaissance. Anhand der Informationen wird deutlich, dass Florenz von unter Strich 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 unter illustriert. Erster, die Macht der katholischen Kirche nahm ab. Zweiter, es herrschte der Glaube, dass die Menschen ihre Lebenssituation verbessern können, wenn sie sich nur im Leben bemühen. Dritter, die Menschen hatten eine soziale Verantwortung, sich um die armen und schwächeren Menschen der Gesellschaft zu kümmern. Vierter, der König steht an der